Feuer auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Alle Details in diesem Video. Moin zusammen, herzlich willkommen. Vielen Dank an der Stelle für 88.000 Abonnenten. Gehen straight auf die 90 und dann auf die 100 zu. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen für kritischen Content. Und ihr seht das, ist eine aktuelle Einmeldung, die jetzt hier am Abend rausgekommen ist. Feuer auf Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz in Berlin. Die Polizei bzw. die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle und es ist einer leicht verletzt, ein Mensch. Und ansonsten zum Glück nichts Ernstes passiert. Das hier als erst mal direkt vorweg. Und wenn wir uns das Ganze angucken, finden wir, per Ex ist man ja mittlerweile sehr, sehr gut immer informiert über solche Situationen. Und die verschiedenen Behörden sind ja teilweise dort ebenfalls auch unterwegs. Denn wie sie hier die Berliner Feuerwehr geschrieben hat, Brandbekämpfung in Mitte, also der Stadtteil heißt so, auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus gerieten zwei Verkaufsstände in Brand. Das Feuer ist gelöscht, eine Person ist leicht verletzt, die Einsatzstelle ist unter Kontrolle, wie es hier heißt. Ja und interessant dazu ist, ein Instagram-Video habe ich da auch noch gefunden. Und wenn man sich das anguckt, also das war jetzt kein kleines Feuer, da ging es schon wirklich lichterloh, wie es so schön heißt, war es da am Brennen. Und wenn man sich das hier anguckt, auf dieser Schlitzschuhbahn, das scheint das ja zu sein, die Leute hat das nicht sonderlich interessiert. Die sind hier einfach gemütlich weitergefahren. Also da denkt man sich auch, seid ihr blind? Habt ihr nicht gesehen? Seid ihr so risikofreudig? Ich weiß es nicht. Kannst dir wirklich nicht mal ausdenken. Berliner sind halt so, mag man sagen. Die BILD hat ebenfalls darüber berichtet und hier mit dem Einsatzleiter unter anderem auch gesprochen. Und wie es dann hier heißt, wie ein Einsatzleiter gegenüber der BILD mitteilte, erlitt ein Weihnachtsmarktbesucher eine leichte Rauchgasvergiftung. Ein Betrag aber unternahm nach Löschversuchen und erlitt dabei Brandverletzungen. Während der Löscharbeiten, jetzt kommt es aber noch, explodierten noch zwei kleine Gaskartuschen. Ja, die logische Konsequenz, wir werden jetzt morgen bestimmt Meldungen darüber vernehmen, dass Gaskartuschen böse sind. Gas ist ja sowieso schlecht, sollten wir eh nicht mehr haben. Und ab dem nächsten Wochenende werden dann bestimmt kleine Strombrenner dastehen. Nein Leute, wir müssen realistisch sein und wieder ernsthaft bei der Sache. War das Brandstiftung? Hat hier jemand was gemacht? Weil man konnte bis jetzt noch nicht genau feststellen, was ist. Die Kriminalpolizei ermittelt bereits, denn es heißt hier, zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen beginnen derzeit. Die Weihnachtszeit am Alexanderplatz ist seit 20.30 Uhr geschlossen. Also man hat wirklich den kompletten Weihnachtsmarkt auch geschlossen und geräumt und öffnet erst am Mittwoch wieder voraussichtlich. Also da scheinen jetzt ordentliche Ermittlungen abzulaufen. Guckt euch das mal an. Also wie gesagt, das war keine kleine Nummer, die da gelaufen ist oder so. Beim Fokus hier drüben haben wir auch noch das Feuer in der Nähe des Roten Rathaus ist mittlerweile gelöscht. Polizei hatte man das mal zwischenzeitlichen Strom auch abgestellt und diesen geräumt. Dieser wurde daraufhin geschlossen. Brandursache ist unklar. Kriminalpolizei ermittelt. Und wie gesagt, wenn da jetzt irgendwie mit Fett, gerade mit Fett passiert ja ganz schnell was bei so einem Brand, dass sich das Feuer dann richtig potenziert. Also wir müssen bei YouTube so ein Video gucken, wenn die Polizei oder irgendwelche Experten im Pyro-Bereich da Tests machen mit Öl und so weiter, sollen wir bloß auch nicht mit Wasser löschen. Das geht ja dann richtig hoch. Worauf ich hinaus möchte, wenn das jetzt irgendeinem von dem Budenbetreiber irgendwie passiert wäre, keine Frage, der würde das ja auch wissen und ich denke auch ziemlich schnell von sich zugeben, dass ihm da was passiert ist. Das sehen wir jetzt aktuell zumindest noch nicht. Das kann natürlich noch sein. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwie einem eine Zigarette hingefallen ist. Aber es kann natürlich auch wirklich das Allerschlimmste sein, dass das beabsichtigt war, dass das geplant war. Denn wir müssen ja hier auf so eine Nachricht auch noch eingehen. Wenn wir uns das nämlich hier angucken, hieß es ja gerade vor einigen Tagen, am 29.11., der Geheimdienstchef schlägt Terroralarm. Gefahr so hoch wie seit langem nicht. Ja, und das mag jetzt den ein oder anderen überraschen, der nicht ganz so viel die Nachrichten verfolgt oder vielleicht diesen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hat. Deswegen macht das jetzt an dieser Stelle. Denn die Gefahr ist in Deutschland wirklich sehr groß. Und wir bekommen ja, und da haben wir den netten Herrn Haldenwang hier, den Geheimdienstchef, also Verfassungsschutzchef, der hoffentlich sich solchen Themen jetzt auch mal etwas ernster annimmt. Und nicht nur dafür sorgt, dass die Brandmauer gegen die AfD, gegen rechts weiterhin stabil bleibt und nicht zerbricht. Nein, wir haben offensichtlich wirkliche Bedrohungen, nicht durch eine demokratisch wählbare Partei. Da sehe ich ganz klar eine Interessensverschiebung oder wie man es nennen möchte, dass einfach nicht darauf der Fokus gelegt wurde, wo er eigentlich drauf sein sollte, wie ich persönlich finde. Aber ihr könnt es für euch ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was wichtiger ist, dass man hier aufpasst, dass hier keine Situationen so eskalieren und sowas passiert, weil wir offensichtlich ziemlich viele gefährliche Personen, sagen wir es mal so, in diesem Land mittlerweile haben, denn sonst hätte man jetzt in den letzten Wochen alleine nicht zahlreiche festgenommen. Wir hätten zahlreiche Fälle nicht gehabt. Ich habe darüber berichtet, was wir für Situationen in Hamburg hatten. In Baden-Württemberg gab es auch einen ganz schlimmen Fall. Ein toter Mensch, der gefunden wurde in Schleswig-Holstein in der Nähe von diesem Sauna-Club und so weiter und so fort. Es nimmt gerade wirklich massive Züge an, sodass viele Leute und auch viele von euch in den Kommentaren ja schon am Schreiben sind, ich gehe auf keinen Weihnachtsmarkt, mir ist das zu gefährlich. Ich möchte dieses Risiko für mich selbst und meine Familie nicht eingehen. Und das sage ich ehrlich gesagt auch. Das möchte ich nicht. Ich bin generell nicht so der Typ für so einen Weihnachtsmarkt und sowas, ist mir eh zu kalt. Aber nichtsdestotrotz, für die Familie und so, da macht man sowas ja schon mal. Aber zurzeit? Nein. Und wisst ihr, das ist auch so ein ganz beklemmendes Gefühl, was ich persönlich, letztes oder vorletztes Jahr war ich am Weihnachtsmarkt, hatte, das steht dann, kurz bevor der Weihnachtsmarkt beginnt, diese Merkel-Gedenkpoller werden sie ja immer wieder genannt, diese riesengroßen Steine, so dass da keine Reinfahrten mit dem Fahrzeug passieren können. Ein ganz beklemmendes Gefühl. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, wie ihr merkt. Also wirklich ganz, ganz unangenehm. Ansonsten, last but not least, den hier wollte ich noch mit reinnehmen. Was kostet denn eigentlich so ein Weihnachtsmarkt? Das ist nämlich auch eine interessante Frage. Und die Bild, wir wissen das, wie immer, frostiges Vergnügen, schreibt sie. So viel kostet der Weihnachtsmarkt als Großfamilie. Und da sehen wir hier die ordentliche Rasselbande. Papa Christopher mit, wie viele Kinder sind denn das? Frau, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kindern. Der Sohn ist schon 15, das heißt, der Papa war schon mit 21 und Mutter mit 20 dabei. Früh angefangen. Okay. So, und was kostet denn der Quatsch? Wie viele Kinder waren es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kinder. So, und jetzt gucken wir mal an, was hier was kostet. Da sehen wir jetzt hier zum Beispiel so einen glasierten Apfel. Habe ich im Leben noch nie gegessen. Schmeckt so was? Schreibt es in die Kommentare. 2,50 Euro. 2,50 Euro für so einen Apfel. Und klar, jetzt kann man natürlich darüber meckern. Ja, die Leute auf dem Weihnachtsmarkt, die wollen ja nur abzocken. Die wollen ja Kohle verdienen. Jetzt überleg doch mal. 2,50 Euro. Die müssen erst mal 19% Mehrwertsteuer abdrücken. Machen wir mal Pi mal Daumen, haut nicht ganz hin. 30, 40, 35 Cent irgendwie sowas im Dreh. Da haben die noch 2,15 Euro. Den Apfel, wenn es ein guter ist, den sie einkaufen, kostet auch 30, 40 Cent irgendwie sowas in dem Bereich. Dann haben sie noch 1,80 Euro. Dann kommt der größte Batzen vermute ich. Das wird die Standmiete sein. Klar, auf dem Land ist das günstiger als in der Stadt. Die wird nicht ohne sein. Runterrechnet auf einen Apfel kannst du bestimmt auch 50, 60 Cent berechnen. Gehe ich mal runter, sind wir beim Euro 20, Euro 30. Dann müssen die noch Strom bezahlen. Dann muss der Mitarbeiter bezahlt werden. Die Bude selber muss man natürlich besitzen. Vielleicht auch mieten und so weiter. Was bleibt denen denn unterm Strich da dran? Wisst ihr? Also man muss es eigentlich ganz fair auch aus der Seite der Veranstalter, der Verkäufer einfach sehen, dass wir mit dieser steuerlichen Situation heutzutage einfach komplett überlastet sind. Und wenn wir uns jetzt angucken, was der gesamte Klumpatsch hier gekostet hat bei der Familie, das ist halt schon ganz, ganz heftig. Denn hier zum Beispiel Speisen, Getränke und so weiter, kein zu großes Durcheinander gibt, bekommen alle Kinder inklusive Eltern dasselbe. Achtmal Bratwurst mit einem Brötchen macht 48 Euro. Achtmal Schokoobst ebenfalls 48 Euro. Dazu ein Glühwein für die Eltern 10 Euro. Ein Kinderpunsch 24 Euro. Macht für den ganzen Abend hier 130 flotte Euro. Wer kann sich das denn erlauben? Das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Wisst ihr Leute, das ist schon absoluter Wahnsinn. Jetzt schreibt eure Meinung unten rein. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Danke nochmal. Herzlich willkommen an alle Neuen. Bis zum nächsten und ciao.